Da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu den nächsten zwei Stunden des intelligenten Schmucks. Von wem? Natürlich von Gabriele Iazetta. Erstmal schön, dass du mal wieder da bist. Aber viel schöner ist es natürlich, dass Sie auch wieder da sind, denn wir wollen Ihnen heute wieder Power, wir wollen Ihnen heute wieder Kraft nach Hause bringen mit den schönen, schönen Schmuckstücken von unserer lieben Gabriele. Und wie Sie es von ihr gewohnt sind, hat sie auch heute wieder wirklich tolle, tolle Dinge dabei. Was Neues. Was Neues ist auch wieder mit am Start und zwar auch wieder eine Besonderheit, denn es ist wieder eine limitierte Auflage und es ist wieder ein Produkt, das es wirklich nur im Februar gibt. Denn Gabriele, die hat sich jetzt mal so gedacht, es gibt ja wirklich solche, wissen wir alle, wir sind ja nun mal in gewissen Phasen des Lebens und es gibt manchmal Unterstützer. So einen Schwerpunkt. Genau, und die brauchen wir dann in gewissen Zeiten. Und im Moment sind wir in so einer Zeit, wo viel Dunkelheit herrscht, wo viel Kraftlosigkeit herrscht, Wo viele müde sind. Viele ausgepowert sind. Wenn ich an das Wetter denke, das schlägt einem auch manchmal aufs Gemüt. Heute in Berlin ist mal ein bisschen Sonne da, aber wir kriegen es trotzdem mit. Der Winter ist schon immer relativ lang und dann fehlt uns die Power. Und deswegen hast du heute wieder ein Produkt mitgebracht, limitiert, nur wenige, nur im Februar, nur in dieser Woche hier bei uns bei AstroTV zu erhalten. Und zwar geht es um ein Powerarmband. Und ich finde, man sieht schon, dass es Power ist, denn es hat so den leicht Orangenton, wo man sagt, das hat natürlich auch was wieder Energievolles. Das Powerarmband, das wir Ihnen heute als erstes vorstellen. Es gibt nicht nur das Powerarmband, sondern es gibt natürlich auch diese Kombination, wie immer. Denn du weißt, Frauen, die mögen natürlich schon auch sich generell schick machen. Was zusammenpasst, eben auch mit einer Kette kombiniert, gibt es eben auch eine dazugehörige Powerkette. Allerdings gibt es hier von allen, sowohl vom Armband wie auch von den Ketten, eine ganz kleine Auflage. Nämlich, es war ganz schwer, diesen Stein zu finden. Das war das Erste, was du mir heute Morgen gesagt hast. Wir haben genügend Powerarmbänder, zumindest wahrscheinlich für diese Woche. Allerdings bei den Ketten, da könnte es wirklich sehr, sehr knapp werden, wenn es nicht heute sogar schon sehr, sehr knapp werden wird. Du hast immer noch die Hoffnung, dass du einen Anruf bekommst von deinem Großhändler, der sagt, Frau Iersetter, ich habe wieder Unmögliches wahrgemacht. Aber es gibt auch nicht so viele Armbänder wie bei, ich habe ja vorige, zu Weihnachten habe ich den Larimar vorgestellt. Im Januar habe ich den Regenbogenflurit vorgestellt und da hatte ich wesentlich größere Stückzahl. Die waren aber auch alle weg am Ende der Woche, als ich es jetzt von diesem Feuerachat habe. Feuerachat, ich meine, der Name spricht ja schon ein bisschen, oder? Also da steckt Feuer drin, da steckt Power drinnen. Und es ist natürlich gerade jetzt wieder das richtige Schmuckstück für diese dritte Jahreszeit, weil wir müssen noch ein bisschen durchhalten, bis der Frühling kommt. Das ist ja leider Gottes so. Ja, und da fehlt es sehr oft an Energie, an Power eben. Also ich merke das an mir selber, da kommt, man sagt ja, es gibt die Frühjahrsmüdigkeit, aber es gibt irgendwie auch die Wintersmüdigkeit. Man möchte schon früh ins Bett gehen, man kann schwerer aufstehen, wenn es draußen dunkel ist. Ich weiß, wenn im Sommer, wenn die Sonne in mein Schlafzimmer schaut, dann bin ich schon um sechs Uhr in der Früh wach und möchte schon rausgehen. Aber jetzt, da kann ich auch um neun noch nicht wirklich aus dem Bett, möchte ich noch nicht raus, weil man einfach diese Dunkelheit, da fehlt einem an Energie. Und dafür ist natürlich dieser Feuerachat wirklich das, was ihnen wieder diese Grundenergie aufbaut. Der fördert nämlich auch das positive Denken, der ist für die Leidenschaft zuständig, aber der ist auch für die Heiterkeit und Zufriedenheit zuständig. Und das ist ja auch etwas, wenn es dunkel ist, dann ist es auch oft so, dass es, ich meine, warum wird denn gerade im Februar, wird Karneval und so gemacht, damit man wieder in diese Heiterkeit kommt, weil es die nämlich genau dann fehlt in dieser Winterzeit. Dann möchte man sie einfach wieder hereinholen. Und genau dafür ist eben auch dieser Feuerachat, der wirklich etwas ganz Besonderes ist. Ich muss sagen, erst durch den, dass es mir mein Großhändler gezeigt hat, bin ich auf diesen Stein gekommen, denn der ist wirklich so ganz besonders. Ich habe noch nie so einen Stein gesehen, der wirklich so mit Weiß durchzogen ist und der sozusagen das Feuer wirklich widerspiegelt. Und wenn man den trägt, dann kommt man eben wieder in diese positiven Energien hinein. Dann bekommt man wieder mehr Lebenskraft, wieder mehr Feuer im Körper sozusagen. Aber es ist auch etwas, und das ist auch ganz wichtig, dass es nämlich auch Feuer wird ja auch oft mit Wut und Aggression verbunden. Und das lindert dieser Stein aber wieder. Vielleicht ist man auch oft, weil man schon das Leben einen sozusagen dazu gebracht hat, sehr oft aufgeregt und ist wütend und kann die Welt gar nicht mehr positiv sehen. Und dann ist es auch, dass der Stein, der sie wieder ins positive Denken bringt, einfach wieder beruhigend wirkt, ihnen Zuversicht gibt, ihnen einfach den Ausgleich in ihre Seele wieder bringt. Ich meine, der hat so eine ganz schöne Maserung. Also der hat so ein bisschen was Schlangenmäßiges auch, oder? Also ein bisschen sieht er aus wie so eine kleine Schlangenhaut. Er ist wirklich ein ganz besonderer Stein, der Feuerachat, den Sie natürlich auch nicht überall finden. Jetzt haben Sie die Chance wirklich in den nächsten zwei Stunden bei uns zu wirklich tollen Preisen einkaufen zu können. Sie wissen ja, zumindest unsere Stammkunden, die wissen das, dass wenn Gabriele zu uns nach Berlin kommt, dann hat sie natürlich immer ganz besondere Preise. Und dieses Mal nicht nur besondere Preise, sondern auch ein ganz besonderes Angebot, das wirklich nur im Februar herrscht. Das bedeutet für Sie, Sie sollten nicht lange zögern. Denn deine Stammkunden, die schreien ja jedes Mal danach, dass du etwas Neues auf den Markt bringst. Jetzt bringst du diesen Monat wieder etwas Neues mit, nämlich wirklich Power, nämlich wirklich viel, viel Kraft, viel, viel Energie in Form eines schönen Schmuckstückes. Und es ist eine limitierte Auflage. Das heißt, wenn die vergriffen ist, dann wirst du die so in der Form auch nicht mehr anbieten. Das bedeutet, Sie bekommen hier was ganz Exklusives. Ich vergleiche das ja wirklich immer. Und jeder, der das damals mitbekommen hat, Karl Lagerfeld, der für eine große Begleitungskette mal wirklich auch eine Sonne-Edition hat anfertigen lassen, zu ganz besonderen Preisen. Bei H&M konnte man wirklich Designerware für H&M-Preise ergattern. Wer da nicht schnell genug war, der hat dann aus der Rühre geguckt. Der hat nämlich kein T-Shirt oder kein schönes Kleidungsstück mehr bekommen. Und Jahre später konnte man die dann ersteigern im Internet für wirklich horrende Karl Lagerfeld-Summen. Sie können heute wirklich zugreifen. 59 Euro, auch hier wieder ein ganz besonderer Preis. Und auch hier wieder, und das erwähnen wir immer wieder gerne dazu, es handelt sich hier um hohe Qualität. Das heißt, Sie haben einen wirklichen Stein, einen Edelstein. Einen Stein, der ja auch an Wert nicht verliert. Das ist dir ja auch wichtig. Wertschätzung, nicht nur sich selber, sondern auch dem Produkt gegenüber. Der verliert nicht nur den Wert, sondern der steigert ihn wirklich, weil er ist fast nicht zu finden. Also ich suche ja schon, wenn ich hierher komme, dann möchte ich natürlich immer eine bestimmte Stückzahl haben, weil ich weiß, meine Stammkundschaften, das ist doch eine große Menge, die wollen dann dieses Armband haben. Und ich habe dieses Mal wirklich nicht ausreichend Steine bekommen. Wir sind noch immer auf der Suche. Also mein Steinehändler ist, der telefoniert schon seit zwei Wochen herum, dass er noch weitere Steine in dieser Qualität findet. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, was Sie hier auf Ihrem Armgelenk tragen können. Und natürlich hat so ein Stein dann auch seine Wertsteigerung. Aber es geht hier gar nicht um den Wert, sondern es geht um den Wert, was es mit Ihrer Seele macht. Dass es Sie sozusagen die Winters- und die Frühjahrsmüdigkeit überwinden lasst, weil er, der heißt nicht umsonst Feuerachat, weil der bringt wirklich wieder Power in Ihr Leben. Der bringt Lebenskraft, der bringt Kreativität, der bringt aber auch eine positivere Einstellung zum eigenen Körper. Dafür steht dieser Stein auch. Das ist auch etwas, wo wir Frauen ja oft mit uns hadern. Da finden wir das nicht gut und woanders wieder. Und andere Menschen bemerken das gar nicht. Aber wir selbst sind ja immer der größte Kritiker. Und damit wir da auch eine positivere Körpereinstellung auch zu uns selbst bekommen, dafür steht auch dieser Stein. Natürlich kann man auch in Heilsteinebüchern nachlesen, dass er auch für Themen auf körperlicher Ebene zuständig ist, wie bessere Verdauung, dass er für die Gefäße und Venen gut ist, dass er gegen chronische Entzündungen ist, also für Menschen, die Allergien haben, bei Hormonschwankungen. Und er unterstützt auch Kinder im Wachstum. Also das kann man eben in Heilsteinebüchern nachlesen, dass das auch eine Wirkung des Steins sein soll. Hier geht es mir aber immer darum, um den seelischen Aufbau, dass sie einfach in eine positive Energie wieder hineinkommen. Und dafür ist dieser Powerachat, der ja wirklich ein seltener Stein ist. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte ihn zuvor noch nie so gesehen, möchte ich Ihnen den jetzt hier sozusagen als mein Februarangebot wirklich mitgeben, dass das Feuer wieder in Ihnen erwacht. Und damit man dann die Energien hat, dieses Jahr, und wir gehen ja nächstes Jahr, also nächstes Monat mit März, gehen wir ja in das Merkurjahr. Und der Merkur, den kennen wir ja so nur als rückläufigen Merkur, dass er so ein kleiner Schlawiner ist und uns das Leben schwer macht. Aber der Merkur ist auch der, der Sie auffordert, in die Taten zu gehen, dass Sie etwas umsetzen in Ihrem Leben. Also das ist ein Planet, jetzt kommt ein Jahr auf Sie zu, das von Ihnen fordert, dass Sie etwas tun. Weil wenn Sie nichts tun, dann wird diese Situation, in der Sie sind, auf jeden Fall schlechter werden. Aber wenn Sie etwas tun möchten, in die Tat gehen, etwas umsetzen wollen, dann ist das ein sehr positives Jahr. Und da braucht man aber auch die Unterstützung, die Kraft, das durchzuhalten. Und dafür ist dieses Armband. Und Sie können sich natürlich die doppelte Kraft holen, denn es gibt nicht nur das Armband heute im Angebot, sondern es gibt die passende Kette auch noch dazu. Von dieser Kette allerdings, da ist wirklich eine ganz, ganz knappe, ganz begrenzte Stückzahl nur auf Lager. Also wenn Sie sich ja Kraft, den Feuerachat quasi umhängen wollen, dann sollten Sie nicht lange zögern. Und vielleicht können wir kurz das Angebot der Kette auch mal einblenden, denn auch die ist wieder etwas Besonderes. Auch die ist natürlich wieder ein Designer-Objekt, ein Designer-Schmuckstück. Das muss man bei Gabriele auch immer wieder erwähnen. Es sind keine Massenproduktionen, es sind Fairtrade-Produkte. Das heißt, sie werden in Österreich hergestellt. Es ist hohe Qualität und auch hier bekommen Sie hohe Qualität zu wirklich niedrigen Preisen. Auch hier haben Sie den Feuerachat, auch hier haben Sie den Karniol. Der Karniol steht ja auch für Power, der steht ja auch für Energie. Das heißt, hier haben Sie die doppelte Kraft. Auch hier wieder ein sensationeller Preis. Gucken Sie sich das an, lassen Sie sich nicht entgehen. Und wenn Sie sagen, ja, aber eigentlich gefällt mir das Armband und die Kette, dann hast du auch wieder für die Zuschauer gesorgt. Denn es gibt ein wirkliches Set-Angebot. Und da haben Sie natürlich die größte Ersparnis dran. Das bedeutet, wenn Sie sich für dieses Angebot in dieser Doppelkombination entscheiden, für das Set, dann liegen Sie hier bei 148 Euro. Und ich garantiere Ihnen, wenn Sie eine Kette in dieser Qualität irgendwo bei einem Juwelier suchen würden, dann würden Sie schon locker nur für die Kette 148, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr bezahlen. Das heißt, hier bekommen Sie quasi im Set-Preis das Armband als Geschenk dazu. So könnte man es quasi wirklich formulieren. Und Sie sollten heute nicht lange zögern, sondern nutzen Sie wirklich die Chance. Kette, Armband oder natürlich auch im Set. Wichtig ist, es ist ein Unterstützer, ein Unterstützer gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Und auch wenn jetzt die Tage langsam wieder ein bisschen heller werden, da merken wir schon, wie wir uns danach sehnen, wie wir uns freuen, dass es minütlich quasi immer ein bisschen heller wird. Aber trotzdem ist es noch viel zu wenig. Und Sie können sich heute das Feuer, Sie können sich heute die Power nach Hause holen in Form wirklich toller Schmuckstücke, Hingucker-Schmuckstücke. Und im Moment ist es ja wirklich so, du ziehst gerade wirklich so viele Menschen in den Bann, weil die Menschen offen werden, weil sie Dinge ausprobieren. Und Sie können Dinge ausprobieren zu wirklich tollen Einführungspreisen. Und nicht nur das, sondern Sie bekommen ja eine tolle Gegenleistung, nämlich ein hochwertiges, edles Schmuckstück. Und das sollten Sie sich jetzt in den nächsten zwei Stunden hier bei uns auch wieder nicht entgehen lassen. Zu der Powerkette möchte ich dazu sagen, dieser Feuerachat ist so ein Powerstein, dass er keinen anderen Stein neben sich wirken lässt, außer einen Karniol und einem Bergkristall. Bergkristall wissen wir, das ist ja sozusagen der König der Heilsteine. Der kann noch neben den Feuerachat wirken. Und der Karniol, der kann auch neben ihm wirken, weil er doch eine Wirkung hat, die in eine ähnliche Richtung geht. Und das sind beides Feuersteine, die ihnen Energie bringen, die für die Durchblutung zuständig sind, die eben wirklich ihren Körper wieder in Schwung bringen. Dadurch ist dieser Feuerachat mit dem Karniol, den konnte ich kombinieren. Ansonsten wurde ich auch schon gefragt, ob man den mit einem anderen Armband, also Steinearmband kombinieren kann. Und man kann es wirklich nicht, dieser Feuerachat, den kann man wirklich nur mit Bergkristall oder Karniol kombinieren. Ansonsten nimmt er die Wirkung aller anderen Heilsteine weg, weil er sie sozusagen verbrennt, weil er so viel Feuer und Energie hat, dass er die anderen Heilsteine die Wirkung wegnimmt. Und das ist eben auch immer das Besondere an deinen Produkten, Gabriele. Du fädelst nicht einfach irgendwelche Produkte zusammen, weil du denkst, es sieht gut aus, sondern die Wirkung. Und das ist das, was deinen Schmuck so besonders macht. Die Wirkung, das ist das A und O der Schmuckstücke von Gabriele, ihr Setter. Und wir würden ja nicht einmal im Monat hier zusammenstehen, wenn sie nicht auch wirklich begeistert wären von den Wirkungen, von den tollen Produkten, die wir ihnen hier anbieten. Und auch heute oder beziehungsweise diese Woche gibt es wieder diese tollen Produkte von Gabriele wieder zu diesen tollen Preisen, weil man muss auch wirklich immer sagen, das ist eigentlich dein Hobby, hier bei uns in Berlin zu stehen und zu sagen, ich komme, weil da möchte ich den Menschen, die vielleicht noch zweifeln, den Menschen, die vielleicht noch nicht wirklich über die Wirkung der Heilsteine nachgedacht haben, mal wirklich tolle Preise anbieten. Und eigentlich gehst du hier plus minus null raus, weil es dir ein ganz großes Anliegen ist, Menschen aufzuklären und wirklich zu sagen, testen Sie Dinge. Ja, wirklich testen und spüren die Kraft der Steine, was das mit ihnen macht. Also ein Stein, die haben ja immer so eine riesige Wirkung. Wenn man es selber mal getestet hat, mein Mitarbeiter, der Herr Gerhard, von dem ich ja oft erzähle, hat er jetzt Husten. Was habe ich ihm gesagt? Nimm dir Bergkristall mit, was wir haben am Abend. Gib dir das irgendwie, kleb dir das auf die Brust, damit das weggeht. Und genau so hat er es gemacht. Und es ist eben so, Steine haben schon eine Wirkung, wenn man es zulässt, diese Wirkung zu spüren. Und dieser Feuerachat, der wirklich ein ganz besonderer Stein ist, ich glaube, wirklich sagen zu können, dass die meisten von Ihnen diesen Stein auch noch nie zuvor gesehen haben, der etwas ganz Besonderes ist und der Ihnen wirklich Lebensenergie, Schwung in Ihr Leben bringt. Ich schenke Ihnen ja dazu auch sozusagen eben als Valentinsgeschenk das Parfümbriefchen. Da ist sowohl das IAZ Nummer 6 wie das IAZ Nummer 9 zum Testen mit dabei. Und beide Parfüms haben ja Pheromonen sich, also Lockstoffe. Und man muss schon sagen, dass der Feuerachat natürlich auch ein Stein für die Sexualität ist, für das Power, für die Energie ist. Und deswegen habe ich Ihnen sozusagen als Valentinsgeschenk gebe ich Ihnen noch diese zwei Proben mit dazu, damit man auch vielleicht einen schönen Valentinstag hat mit seinem Partner. Wir werden heute noch über viele, viele Produkte von dir sprechen. Unter anderem auch noch mal über IAZ Nummer 6 und IAZ Nummer 9. Und da weiß man halt, dass deine Produkte wirklich schön ineinander greifen. Du hast die Sexualität angesprochen. Auch da kommen wir noch zu einem weiteren Produkt, das es seit kurzem auf dem Markt gibt, nämlich zu deinem Lippenbalsam. Aber da erfahren Sie erst gleich ein bisschen mehr davon. Jetzt geht es wirklich um diese Power. Aber es geht eben auch um diese verschiedenen Kombinationen. Denn wir tragen ja auch verschiedene Kleidungsstücke. Kleidungsstücke, die uns schmücken sollen, die uns schön machen sollen, aber die uns natürlich auch wärmen sollen, die manchmal auch funktionell sein sollen. Aber alles ist Kleidung. Genauso wie alles hier Schmuckstücke sind, die aber natürlich immer eine ganz große Besonderheit haben. Denn diese Schmuckstücke haben auch eine Wirkung. Und Sie können ja diese Wirkung testen. Und gerade jetzt, wo wir in dieser schweren Zeit sind, wir haben diese schwere November-Dezember-Zeit, da wo wir unsere Seele manchmal auch streicheln mussten, die haben wir schon hinter uns gelassen. Jetzt gehen wir gerade wieder in die Zeit, wo wir wissen, der Frühling, er steht noch nicht ganz vor der Tür, aber er ist langsam schon am Kommen. Aber wir können die Zeit natürlich auch noch beschleunigen, indem wir uns eben mit Freude, mit Kraft, mit Energie, ja irgendwie anders vollpumpen. Und das in Form eines wirklich tollen Schmuckstückes. Und ich bin mir sicher, dass gerade die Stammzuschauer, weil ich höre, dass die Leitungen schon wieder sehr, sehr gut gefüllt sind, ja, die wissen um die Schmuckstücke von Gabriele Iersetter. Und das sind wahrscheinlich jetzt die Ersten, die gleich probieren, durchzukommen. Denn die wissen auch, wenn man manchmal nicht schlecht genug ist, dann kann das Angebot auch relativ leicht vergriffen sein. Und hier hast du wirklich nur eine ganz, ganz begrenzte Stückzahl anfertigen lassen. Es ist eine limitierte Auflage. Die gibt es wirklich nur hier im Februar, nur hier bei AstroTV für diese wirklich tollen Preise. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Holen Sie sich, ja man kann fast schon sagen, auch den kleinen Mutmacher nach Hause. Ja, und ich glaube schon, also auch wenn jetzt, wir jetzt schon Anfang Februar sind, jeder, der mit Schneeschaufeln beschäftigt ist, und das bin ich ja auch immer wieder. Die armen Bayern, obwohl überall ist, in Nordrhein-Westfalen, überall ist irgendwie immer noch wirklich Schneeweiser. Und der weiß, das kann sich auch bis im April ziehen, auch wenn wir denken, aber nächstes Monat wird es schon schön. Wir haben schon öfters erlebt, und das weiß ich wirklich. Es hat schon nach Frühling gerochen, aber dann kam doch immer der Hinter. Dann war doch im April noch immer Schnee da, ja. Also das kann sich auch manchmal ziehen, und dann denkt man sich, wann ist es endlich vorbei. Am Anfang freut man sich über den Schnee, aber dann möchte man auch zumindest die, was Schneeschaufeln müssen von Ihnen auch wieder loswerden. Und mir geht es auch so. Also Schneeschaufeln macht mir keinen Spaß. Und ja, da merkt man aber, dass man Power, Energie braucht in dieser Zeit, und dafür ist eben dieses Armband genau das Richtige, dass Ihnen aber auch Lebensfreude, positives Denken, und auch einen Ausgleich sozusagen auf Ihr Gemüt gibt, denn oft ist man ja in der dunklen Jahreszeit schwermütig, depressiv, hat Lebensängste, hat Angst, dass irgendetwas passiert. Da ist ja überhaupt jetzt die Konstellation in den Sternen so, dass vielleicht viele von Ihnen Angst haben, ja, unbegründete Angst, auch zu sterben, was ist los, oder viele Menschen, die man lieb gehabt haben, haben einen verlassen. Solche Energien werden in den nächsten Monaten stärker werden, und da ist es auch wichtig, wenn man da einen Begleiter hat, und das sind ja diese Armbänder immer, die Sie wieder positiver denken lassen, die Sie mehr in die Leichtigkeit hineinbringen, die eben eine ausgleichende Wirkung auf Ihr Gemüt ausstrahlen, denn die Steine, die wirken auf Ihre Energie, auf Ihr Denken, auf Ihr ganzes Sein, und lassen Sie die Wirkung der Steine zu, und Sie werden merken, dass Sie sich positiv verändern werden. Ja, und es gibt natürlich auch immer Situationen in dem Leben, wo man ein bisschen mehr Kraft benötigt, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Alltagsschmuckstück oder ein Alltagsarmband, aber in Situationen, wo man sich eben mal energielos fühlt, und das ist ja nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer haben wir manchmal Energiemangel, das heißt, es ist natürlich ein Hilfsmittel, das Ihnen 365 Tage im Leben weiterhelfen kann, und das ist eben auch immer das Besondere an deinen Schmuckstücken. Es sind Schmuckstücke, die sind in besonderen Situationen natürlich besonders stark angesagt, oder da ist die Nachfrage besonders groß, aber die kann man natürlich, egal ob im Frühjahr, im Winter, im Sommer oder im Herbst einsetzen, denn Energie brauchen wir immer, und es hat auch was mit Körper, Geist und Zähle zu tun, denn wenn mein Kopf auch müde ist, ja, dann bin ich auch energielos, und dann brauche ich natürlich auch irgendwie einen Unterstützer. Dann fehlt einem die Kreativität, dann hat man nicht die Konzentration bei der Arbeit, dann ist es einfach so, dass man immer müde ist, und auch das Gehirn ist praktisch ein bisschen müde. Und es sind Motivatoren. Also ich finde ja, jedes Schmuckstück von dir ist eine Art Motivator. Es gibt natürlich die absoluten Power-Motivatoren, ja, die muss man einfach nur tragen, wie einen ganz bestimmten Ring, da weiß man, man ist jeden Tag irgendwie motiviert, aber wenn man sich so kraftlos fühlt, und man nimmt dann wirklich so einen kleinen Helfeshelfer, wie hier dieses Power-Armband, man zieht das über, dann hat man gleich schon eine andere Motivation, weil man weiß, dieser Stein, der soll mir jetzt helfen. Und natürlich versetzt natürlich auch der Glaube Berge, und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn man gut gelaunt in den Tag geht, wenn man kraftvoll in den Tag geht, ja, dann wird der Tag auch wirklich dementsprechend verlaufen. Und wenn Sie morgens schon zum Feuerachat greifen, ja, dann greifen Sie nicht aus irgendwelchen Gründen dazu, sondern weil Sie eben diesen Unterstützer benötigen, und der wird Sie den ganzen Tag ja immer wieder daran glauben lassen, welche Kraft in uns steckt, wie viel Energie wir doch auch in uns noch tragen. Genau, der gibt Ihnen eben das Durchhaltevermögen, denn es gibt ja ganz oft so, dass man Konzentrationsschwankungen hat und dann man praktisch bei der Arbeit auch denkt, boah, ich möchte jetzt eigentlich nur mehr schlafen, ich halte das jetzt gar nicht aus, weil wenn man eben, da fehlt es eben einem wirklich eben an, wenn es so dunkel draußen ist, an Energie und Kraft, das macht einen oft sehr müde, und dann ist ganz wichtig, dass man da wieder die Unterstützung hat, die Durchhaltekraft, die Konzentration wieder zu fördern und auch das positive Denken natürlich zu fördern und das macht dieser Stein. In der Kombination mit der Kette ist eben auch noch der Kaniol, der ja sehr ähnlich ist, der ist ein Mutmacher, der macht standfestig, also der ist auch für die Standfestigkeit, dass man bei seinen Themen dran bleibt und eben durchhält und Dinge wirklich durchzieht, die man sich vornimmt. Der ist aber auch einer, der Idealismus fördert und Vitalität genauso wie der Feuerachat. Nur ist der Feuerachat noch stärker in seiner Wirkung als der Kaniol. Sie gehen zwar beide in diese Power-Energie-Richtung, durch Blutung und alles, aber der Feuerachat ist noch der kräftigere Stein in dieser Wirkung. Er ist auch der seltenere Stein. Es gibt ihn sehr, sehr selten nur. Den gibt es eigentlich nur in Mexiko. Er ist ein ganz seltener Stein und deswegen ist er auch so schwer zu bekommen und deswegen ist es wirklich mein Spezialangebot für Sie hier im Februar in dieser Woche. Danach wird es diese Armbänder und diese Ketten nicht mehr geben. Hohe Qualität, das muss man an dieser Stelle auch immer wieder erwähnen. Es ist keine Massenproduktion. Das heißt, Gabriele Iazetta steht mit ihrem Namen wirklich für hochwertige Qualität und du kaufst nicht irgendwo ein für billiges Geld und verkaufst es für teures Geld an unsere Zuschauer, was ja oft einem vorgeworfen wird. Nein, was wir Ihnen hier anbieten, das ist Juwelierware. Das sind Steine, die wirklich diese Power, die diese Kraft wirklich in sich tragen. Da sind ja Energien gespeichert von mehreren Tausenden von Jahren und jeder, der wirklich von Steinen ein bisschen eine Ahnung hat, der weiß, dass das kein totes Material ist, sondern der spürt wirklich, dass ein Stein sich ja auch verändert und Sie können die Dinge ausprobieren, wirklich für tolle Preise, die Gabriele Ihnen mitgebracht hat. Es sind Designer-Schmuckstücke, Juwelierware und gucken Sie sich hier diese Ersparnis an, die Sie bekommen. 59 Euro, Sie können sich für die Kette entscheiden. Auch da bekommen Sie natürlich auch wieder ein ganz besonderes Angebot hier bei uns oder Sie entscheiden sich für Armband und Kette. Da müssen Sie einfach nur im Callcenter anrufen und Bescheid geben. Aber ein guter Einstieg ist natürlich das Power-Armband, denn das trägt man bei sich, das ist auch unauffällig. Die Kette ist natürlich ein bisschen auffälliger, aber die kleidet einen natürlich auch. Ich finde, die erinnert mich schon auch so ein bisschen wieder an den Sommer. Also wenn man die schon alleine anguckt, hat man schon wieder so einen kleinen, wenig einen Energieschwung. Ja, also es ist ja sowohl die Kette wie das Armband sind ja sowohl für das Wurzelchakra wie auch für das dritte Auge, dass es geöffnet wird, zuständig. Da ist der Karniol dafür zuständig, da ist aber eben auch ganz großartig der Feuerachat dafür zuständig. Und was es eben auch dieser Feuerachat ist, es ist ein ganz großer Schutzstein. Also das heißt, der beschützt Sie natürlich auch vor negativen Energien, vor Dingen, die negativ an Sie übertragen werden. Das passiert ja auch oft unbewusst. Und da ist es auch noch ein ganz großer Schutzstein. Also das ist wirklich ein Stein auch von einer magischen Gegend von Mexiko, wo man ja auch weiß, ja, die Mayas und alles. Das ist wirklich ein großer Energiestein, den ich Ihnen hier anbiete und den es nur mehr ganz, ganz selten gibt. Ja, und der sieht auch sehr, sehr exklusiv aus. Auch das ist dir immer wichtig. Und du hast sehr, sehr viele Kunden, die auch teilweise über die roten Teppiche laufen und die würden sich natürlich auch nicht mit billigem Modeschmuck abgeben, sondern die wollen natürlich auch hochwertige Qualität. Und das ist man von Gabriele natürlich auch gewohnt. Das bedeutet, gucken Sie sich auch hier wieder die Verarbeitung an. Es sind hochwertige Schmuckstücke, die sind alle sehr, sehr fair hergestellt, mit viel, viel Liebe hergestellt. Die werden nämlich tatsächlich auch in Österreich geknüpft. Sind die in der Gumpenbacher Straße oder in der Ranggasse? Die Ketten sind in der Gumpendorfer Straße und die Armbänder in der Ranggasse. Also eine schöne Aufteilung. Auf jeden Fall steckt da sehr, sehr viel Liebe drinnen. Und wir leben ja Gott sei Dank mittlerweile in einer Zeit, wo Achtsamkeit, wo Wertschätzung, wo Liebe zum Produkt auch wieder eine große Rolle spielt. Und hier bekommen Sie wirklich all diese Dinge kombiniert in einem wirklich sehr, sehr schönen Schmuckstück. Und noch einmal ganz kurz erwähnt, es gibt diese Power, diese Power-Armbänder, diese Power-Ketten wirklich nur in dieser Woche. Es ist eine limitierte Auflage. Etwas ganz Besonderes, denken Sie daran, es ist Designerware, wenn es ausverkauft ist, ja, dann sind Sie halt mal wieder weg und dann Stammkunden, die sind manchmal richtig böse mit dir, wenn sie kein Stück mehr bekommen, aber dann sind Sie auch ein bisschen selber schuld, weil Sie zu lange überlegt haben, oder? Ja, außer bei den Larema-Armbändern war es ja zu Weihnachten der Fall und die sind ja wirklich alle weg und genauso geht es bei diesen Monatsangeboten, dass die nach und nach dann nicht mehr erhältlich sind. Also nicht zu lange warten, weil besonders bei den Ketten gibt es nur eine ganz kleine Stückzahl und dann sind die weg. Die werden vielleicht auch gar nicht mehr diese Woche, also werden die gar nicht die ganze Woche reichen. Wahrscheinlich wird das so sein, aber von den Armbändern sind ein paar mehr da und du willst den Menschen ja wirklich irgendwie nur die tollsten Produkte nach Hause bringen und das ist wieder ein tolles Produkt. Das ist ein ganz besonderer Stein und ich finde, man sieht Ihnen das schon an, welche Power da drinnen steckt und diese Power, die überträgt sich natürlich auf Sie selbst und Sie sollten heute nicht lange zögern, sondern jetzt ganz powervoll zum Telefonhörer greifen und sich wirklich eins dieser kostbaren Schmuckstücke sichern. Es sind limitierte Schmuckstücke, das heißt nur eine begrenzte Anzahl und es sind Schmuckstücke, die es wirklich jetzt nur im Februar gibt, obwohl sie Ihnen natürlich 365 Tage im Jahr gut tun, aber du hast gesagt, ich möchte den Leuten, unseren Zuschauern, deinen Kunden schon auch mal ein paar Produkte präsentieren, wo man weiß, die passen genau jetzt auch in diese Zeitqualität und der Feuerachat, der passt eben genau in diese Zeitqualität und zwar hundertprozentig rein. Genau, also mir ist natürlich wichtig, dass ich Ihnen etwas ganz Besonderes für einen speziellen Monat anbieten kann, aber natürlich ist so eine schöne Kette auch im Sommer zu tragen und wunderschön auf brauner Haut zu sehen. Ja, es ist einfach auch wieder ein Schmuckstück, also das darf man nicht vergessen, alles was wir Ihnen hier über und auch das möchte ich noch mal kurz erwähnen, alles was wir Ihnen hier über diesen spirituellen Mehrwert erzählen, über die Kraft der Steine, über die Kraft des Feuerachats, das ist ein Geschenk von Gabriele. Natürlich wollen wir sie aufklären und natürlich wollen wir Ihnen die Bedeutung der Schmuckstücke auch erklären, warum dieser Schmuck ein intelligenter Schmuck ist, aber in erster Linie ist es natürlich auch ein Schmuckstück, das heißt ein edles Schmuckstück. Das ist dir ja sehr, sehr wichtig, nämlich, dass man sich Dinge auch wert ist, sich selber gegenüber auch Wertschätzung spürt und das kann man mit deinen Schmuckstücken natürlich, weil die sind alle edel. Das ist Schmuck, der soll schmücken, aber der soll eben auch stark machen. Und der macht auch stark, weil er eben auch die Einstellung zu sich selbst auch verändert, nämlich, dass man sich auch so annimmt, wie man ist. Also, das ist schon so ein Stein, der Ihnen Energie gibt und gleichzeitig aber Sie auch aufbaut, seelisch aufbaut, der Ihnen die Kraft gibt, dass Sie sich selbst so annehmen, wie Sie sind, weil wir sind ja oft unser größter Kritiker. Wir selbst sind es, die irgendetwas nicht gut finden. Einer sagt, ich bin zu dick, der andere, ich bin zu alt, zu viele Falten, der andere, das kann ich nicht, ich bin nicht gut in den und den. Wir sind selbst so kritisch und das übertragen wir ja nach außen. Und wenn wir mit uns selbst glücklich sind, zufrieden sind und so annehmen, wie wir sind, dann übertragen wir das auch nach außen und werden auch viel positiver wahrgenommen. Also, es hängt immer an einem selbst, wie die Umgebung auf einen wirkt und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie sich auch selbst so annehmen, selbst lieben, sozusagen, wie Sie sind, denn Sie sind wunderbar, so wie Sie sind. Und dieser Stein gibt Ihnen auch noch die Kraft, die Geborgenheit, das Gefühl, dass Sie das auch annehmen können, dass Sie wunderbar sind. Genau. Sie können sich jetzt entscheiden und zwar gibt es ja auch wieder drei Entscheidungsmöglichkeiten für Sie. Sie können sich A für das Armband entscheiden, für das Armband alleine entscheiden, Sie können sich für die Kette entscheiden, für die Kette alleine entscheiden oder Sie entscheiden sich für die Kombination, nämlich Kette und Armband. Da bekommen Sie natürlich die doppelte Power, die doppelte Energie und auch, man kann schon sagen, den günstigsten Preis, denn da ist die Ersparnis natürlich auch am höchsten. Aber vielleicht sagen Sie, nee, das Armband alleine, das reicht mir schon, um wieder energievoll vielleicht auch in dieses Merkur-Jahr zu gehen. Wir können uns ja alle darauf vorbereiten. Das hat ja auch ein bisschen was mit Prävention zu tun. Wir wollen uns ja natürlich auch auf die nächsten Tage... Da braucht man schon schon Energie. Und das ist gut, wenn man sich darauf einstellt. Genau. Und Sie können sich jetzt darauf einstellen, indem Sie die gebührenfreie Telefonnummer wählen und sich mit den netten Damen und Herren im Callcenter verbinden lassen. Nutzen Sie jetzt die Chance, jetzt sind wir noch ein bisschen entspannter. Am Ende der Woche, glaube ich, werden wir nicht mehr so entspannt über dieses Power-Armband. Da werden wir immer nervöser. Eigentlich wirklich aus dem Grund, weil wir wollen Ihnen wirklich nur die tolle Qualität nach Hause bringen und denken immer, nutzen Sie doch die Chance, jetzt wirklich zuzugreifen. Denn jetzt können Sie noch ganz entspannt einkaufen. Zögern Sie aber nicht allzu lange, denn Ende der Woche, da könnte es schon ganz knapp sein. Oder weg sein.